Was geht, Toxic Mike's? Habt ihr seid und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Leute, heute hier neue Seasons draußen und ich hab schon ein bisschen gespielt und wir machen jetzt ein Opening. Erster Star Drop. Episch. 200 Münzen, sehr gut. Ja. Okay. Episch nochmal. Nice. 1000 Münzen, immer gut. Nächster Star Drop, super selten. Ja, Powerpunkte kann man nehmen. Dann nächster Star Drop, super selten. Oh. Sogar cool. Sogar echt cool. Dann nächster Star Drop. Selten. Nice. 1000 Powerpunkte. Ja, sehr gut. Und jetzt. Letster Star Drop. 3, 2, 1. Okay, selten. Ähm. Ja, ich würd sagen, äh, ich würd sagen, es war's auch. Äh, ja. Hier Lilly, Zentrophin. Also dann, haut rein. Toxic Mike's war hier. Und ciao.